Wir brauchen auch einen Filter, ne, wenn man einfach drauffissen kann. Hey Leute, was geht? Weh, weh schubst es rein. Oh, hab ich dich verarscht. Wo war das denn? Bei mir ist das irgendwie alles ein bisschen verzögert. Ja, ähm, ich bin Pilot. Ja, ne, gib uns ja einmal 20 Prozent, ne? Pfff. Ich hab bis jetzt auch kein Geld bekommen, Alter. Ja, das haben wir doch immer so gemacht, aber Gefängnisausbruch. Ich bin Bodentrupp, danke. Ich rede nur 270.330, warte mal, ich rechne mal kurz aus, okay? Ihr habt für fünf Missionen jeweils 20.000 Zecke bekommen, ne? Nein. Doch, habt ihr. Ja. Ja, ich. Vier Missionen, vier Missionen. Vier, nein, fünf. Wir haben doch immer gemacht, wir haben doch immer gemacht. Fünf, Jonas. Ja, ich hab, ich bin aber sau pleite. Ja, das sind fünf. Ja, wir sind auch alle sau pleite. Ich hab 7.000. Ja, wir haben jedenfalls jedes Mal Geld bekommen. Was haben wir auch immer gemacht? Ja, aber ich brauch diesmal Hammergeld. Das letzte Mal hab ich das immer gemacht, weil ich... Wir brauchen auch immer Geld. Ja, wer braucht nicht Geld? Ja, genau. Ich mach mich mal zum Bodentrupp. Achso, hä, hab ich das nicht grad schon gemacht? Nö. Ja. 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 Wir haben insgesamt 200.000 und du kriegst 370.000. Hm? Wir kriegen insgesamt 200.000 und du kriegst insgesamt 370.000. Ja, wir haben für jede Vorbereitung 20.000 bekommen. Und wir kriegen dann 200.000 und wenn du jetzt einmal schickst, mach einmal auf 20 Prozent... Ja, Jonas, plus die Anführerkosten. 54.000. Das heißt, ich hab 150.000, äh, weniger. Bis jetzt bekommen, quasi. 150.000 mehr. Also, ja, ich, also ich muss 150.000 jetzt mehr bekommen, ey. So mein ich das ja auch. Also... Probier mal ab, dass... Ja, aber das Ding ist, wenn ich jetzt... Klappt das? Ich weiß nicht, ich hab jetzt nicht aufgepasst. Gut, das geht auch. Ja. Ja, dann mach das so. Ich mein... Wir müssen das Gleiche nehmen. Was nimmst du? Wäre das Gefecht, Maris. Wäre das Gefecht und dann? Kommando. Ganzkörper kommen. Ganzkörper sieht nicht so geil aus wie Kommando. Kommando. Ja, dann nimm Kommando und dann Maske. Äh, nee, warte, das ist ja. Dann Zentorno. Zentorno? Wollte nicht mein Gepanzerten? Nee, braucht mehr gar nicht. Ja, ich steig einfach bei dir ein, ne? Top, Jonas. Wir machen das jetzt, okay? Machen wir das jetzt, Jonas? Wir machen das jetzt. MG Power, Maris. Oh, ja. Du müsstest sowieso eigentlich erst mal im Heli mitfliegen, ne? Wir haben das gleiche Ziel alle. Aber naja. Begebt dich zur Balküre. Ziehen wir fahren? Ja. Ach, hast du's schon gesetzt. Sehr gut. Oh, wir müssen wieder zum Arsch der Welt fahren, Alter. Das ist ja so nervig, ne? Oh, ein Auto. Der Jäcker will uns anschießen, hab ich das Gefühl. Und du willst mich rammen, wett ich. Nee, will ich nicht. Fahre gerade aus, Jonas. Oh Gott. Der war natürlich. Okay, links, 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 links. Yeah, links. Nice. Jetzt machen wir gerade aus, gerade aus, gerade aus. Ich seh nur so, wie Jonas sich tausendmal flippt, Alter. Sag ich doch. Alter, fersisch. Siehst du, Jonas? Nee. Aber ihr habt euch echt tausendmal geflippt, ey. Ja, aber es ist perfekt auf den Reifen wieder gelandet. Ah, lacker, ey. Nichts lacker. Das hat immer was mit Skill zu tun, ey. Was hat Maris mit... Dann kann es nicht mit Skill zu tun haben. Natürlich. Weil Maris mit seiner mathematischen Kunst... Weil Maris und Skill sind so... Sachen, die passen einfach nicht. Das ist einfach easy. Oh ja, Jonas. Was denn? Festrat ist schön schnell. Ja. Machst du sehr gut. Ist doch egal, wie schwierig ich da bin. Ja, jetzt weiß ich. Ich zeige nur, dass du hier gut fährst, wenn du auch... Ach, wenn du schnell fährst. Da gleich rückwärts bin. Ja, ist sowieso egal. Du musst auf Nick warten. Der ist noch dahinten. Oh, in dem Gebiet noch mit Regen, weil eben so behindert. Ja. Oh ja. Oh, den will ich fahren. Oh. Alter, ich hasse es, auch dann mit dem scheiß Zentorne zu fahren. Tut mir leid, wenn du das Licht schneibst, muss ich noch schnell zerstören. Ey, die bezahlst du mir, ne? Ja, jetzt bekommen wir ja mehr Geld. Das ist ja... Das kann ich dir auch 5 Euro abgeben. Oder 5 Dollar. Alles gut, Jonas? Ich hab grad nicht hingeguckt. Und was Spannendes passiert? Nö. Ich hab grad wieder nicht hingeguckt. War jetzt irgendwas Spannendes? Wir sind ein bisschen zu weit gefahren. Aber es ist nicht so schlimm. Ey! Ich hab probiert ein bisschen zu jumpen, Maris. Ey, komm mal. Wer ist das? Das sind unsere Leute. Komm, wir die... Was ist das? Wuhu! Was? Schwimmen gehen. Oh, die sind schon da. Schwimmen, schwimmen. Erstmal ne Runde schwimmen. Schwimmen gehen. Sie fesseln machen. Ach, du meinst so coolen Köpper machen. Ähm, Leute, könnt ihr mal kommen? Nein, wir wollen noch einmal schnell fliegen. Okay, wir fliegen alleine los. Tschüss. So, wir kommen jetzt. Ne, Frischung davor geht auch noch. Oh, fuck. Der reingefallen. Ich hab gerade schon gedacht. Scheiße. Red rumgehen. Schöne Landung, oder? Das fällst du geil. Jetzt war der drückende. Könnt ihr überhaupt rein? Kommst du da rein? Gut. Warte, dann muss ich auch mal kurz drehen, glaube ich. Wo ist Maris denn? Ne, Maris braucht keiner. Brauchen wir nicht. Na, okay. Maris, lauf einmal weiter, damit du gleich da rein kannst. Lauf einmal weiter. Genau, dann kann ich da wirklich drauf landen. So. Oh Gott. Lief, lieg runter. Leg ein, Maris. Leg ein. Geh einfach an, landen. Nein, will ich nicht. Ich will jetzt da drauf landen. So, jetzt läuft er links, genau. Hoppala. Oh Gott. Pass auf. Ich bin nur kurz baden gegangen. Ich bin nur kurz baden gegangen. Leg landen, leg landen. Ja, mach ich. Alter, wie viel Fehler war. Hier, mach das Auto von hier aus kaputt. Ja, komm, ich stelle mich daneben. Falls es dann explodiert, dann... Warte, ich gehe noch einmal auf die andere Seite. Wird nicht. Ja, ja, schöne Landung, ne? Ist der noch nicht raucht? Das ist wunderschön. Ja, der Jäcker, der hält doch einen Raketenwerferschutz aus. Okay, go. Der müsste das ausdemolieren. Oh. Wie kann ich jetzt schießen? E. Äh, E und dann hast du die Waffe. Also schießt in den See, das verletzt ihn. Nice. Wir können ja einen Penis reinstechnen. Ich kann ja gar zugucken. Eiger, was machst du denn schönes? Wir müssen ganz hoch sein, ey. Ich weiß. Ich hatte ein bisschen schon mal gespielt, Marius. Im Gegenteil zu dir. Ja, weil ihr mich ja rausgemobbt habt. Rausgemobbt? Oh, Jäcker sucht gerade. Ich gucke halt nur Jäcker zu, deswegen. Da kann ich gerade nicht, um zu fliegen. Oder hinten müssen wir hin. Nick, wir stürzen ab. Ich weiß. Hätte ich gesagt, wenn wir abstürzen würden. Ich war vorhin, weil ich gerade nicht mehr in der Kamera war von Jäcker. Wir stürzen auf. Echt? Ey, Nick. Ey, Jonas, müsst ihr jetzt unseren Fallschirm ausrüsten? Ja, müsst ihr. Nein, müsst ihr nicht. Der ist für noch den Matsch drin. Ich muss nur einmal da oben zu diesem gelben Punkt da kommen. Jonas wird erst den gelben Punkt trifft, hat gewonnen. Und? Kann man die nehmen? Nein, ich treffe ihn. Was denn? Wer stellt die jetzt aus? Ähm, die beiden. Und wir beide müssen den Helikopter vom Hals hier. Die Ding ist, die Rotoren kann man nicht kaputt machen, ne? Ich schieße auch schon die ganze Zeit in die Rotoren rein. Ja, kann die nicht kaputt machen. Warte, es wird zuletzt zieht. Okay. Ey, wir können doch gar nicht springen. Doch, könnt ihr. Könnt, wir müssen sogar. Abwand soll man ziehen. Wo ist denn die? Die MP ist aktiviert. Oh, Marius. Du früh, ich dachte... Wo landen wir denn? Da auf dem Parkplatz. Ja? Ja. Okay, Jäger, gleich werden da von der Stadt und vor jetzt ungefähr jetzt vor uns gerade da, werden, glaube ich, Helikopter kommen. Irgendwo da müssen die gleich kommen. Irgendwann kommen. Dauert aber, glaube ich, noch ein bisschen. Achso, behalte ich die Höhe. Jonas, ich sag ja nur, das ist unser Training. Time to switch to Night Vision. Müssen wir die Night Vision anhaben? Wir haben im Englisch die Kacke. Weiß nicht, ob ich das muss. Ich kann euch dann... Ja, schau. Alles auch... Nee, Schalldämpfer ist egal, ne? Hey, was müssen wir hier machen? Sprengen. Soll wir da was draufwerfen? Warte, ich mach das gut. Probier's bitte auch. Nee, auf die... Nein, du sollst auf die Steuerung springen. Aber drück einfach, drück einfach. Nicht nicht so viel. Ja, okay, jetzt mach. Geiz. Ach, hat funktioniert. Wachpersonal. Alter, es ist... Mega, kannst du auf die Straße schießen von hier? Nee. Bewegt euch schnell. Okay, da müssen wir... Jetzt ist es richtig dunkel, aber... Okay, wir müssen runter. Halte. Kannst du die Hälfte schießen? Ja, bist du, ne? Okay, wollen wir ein bisschen Feuer? Äh, hinter uns... Warte, da müsst ihr jetzt... Komm mal auf die Map. Komm mal auf die Map. Da müsste irgendwo ein Typ stehen. Da auf dem Parkplatz steht ein Typ. Vor uns, der läuft auch gerade. Der läuft auch gerade. Oh. Auf dem Parkplatz. Bisschen jetzt links lastig von uns. Jetzt direkt vor uns. Ist ein Typ. Hä? Komm, 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 komm. Mega, direkt vor uns. Äh, ist ein Typ. Ich auch, von wo? Hä? Von wo? Ja, wo ist er denn? Siehst du den nicht? Hier ist ein, hier ist ein Unsichtbarer. Da bei so einem Auto ist er. Oh, der Kack, wir kriegen von einem Unsichtbarer. Da, genau. Genau, den meine ich. Du hast ja, der muss durch die Wand schießen anscheinend. Äh, ich kann keine Snacks essen. Hier, direkt unter uns, noch einer. Auf dem Parkplatz. Ich hab mir Hammer viele gekauft. Was? Hier müsste irgendwas... Hä, wo ist hier noch einer? Äh... Ach, da ist der Typ. Oh, da. Da ist noch einer. Da läuft noch einer. Ja, mach erstmal den Typen da unten fertig. Wo ist die da noch irgendwo sein? Hör, sie rennen hier rein. Zwei weggemacht, nice. So, jetzt musst du kein Helikopter, glaube ich. Jetzt musst du Helikopter. Helikopter, Helikopter, Helikopter. Hier hätte man... Genau, nice. So, wie viel Leben hast du? Er kommt jetzt wieder in ein Auto, ne? Ich hab genug. Snack. Okay. Okay, ist noch irgendwo ein Wachpersonal. Boah, wie ich in diesem... Da unter uns, direkt unter uns. Das ist recht unter uns, fast. Wollen wir noch kurz was essen? Ein bisschen weiter vor uns. Ich kann nichts essen. Jetzt wirst du nicht sehen können. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Gott. Ah, die positionieren sich. Boah. Kannst du irgendwie... Kann man die Türen irgendwie wegmachen? Ja. Ja, du hast doch eine Map, ne? Ja. Kannst du so ein bisschen auf die Map gucken? Jetzt wirst du vor uns wieder einer sein. Alter, 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 alter. Okay. Ich muss jetzt was essen. Ich muss jetzt dringend was essen. Da ist ein Auto wieder. Das wäre gut, wenn du... Und da links davon auch noch. Links davon ist wieder auch noch einer. Jo. Hab ich gesehen. Kopter. Und zwei... Mach erst mal die beiden Autos da. Kann ich kommen, Jonas? Ja. Ist klar. Okay. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mehr... Okay. Helikopter, Helikopter muss weg. Helikopter muss weg. Helikopter muss weg. Ne, die kommen hier gerade nicht. Ja, ja, ja. Wir gehen hier mit Ziel, oder? Ne, hier links, ja. Du, was machst? Reicht, oder? Ja. Da, Achtung, Achtung. Versteck dich, versteck dich. Oder kriegst du den? Ich töte den gerade noch, aber alter. Zwei, die Kopf, da und ein... Oh, zwei Autos. Warte, wir machen erst mal die Autos. Ist er tot? Ja. Der ist tot. Ist er tot? Fuck, Alter, von so einem habe ich ein Netzwerk-Damage bekommen. Komm her, einfach durch. Kriegst du den nicht? What the fuck? Oh Gott. Läger. Helikopter müssen down. Das sind das... Hast du gesehen? What the fuck? Wir wurden von Raketen getroffen. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Oh, sei, 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 sei. Oh, Junge. Scheiße, jemand an. Scheiße, siehst du den nicht? Hinten um die Dörren, Marius. Achtung. Alter. Oh fuck. Was hab ich? Oh the fuck. Wir rauchen. Warte, warte. Du machst die Tür auf und ich spalle ihn dann ab. Ja, warte. Okay, ja, wir müssen uns um die Helikopter kümmern. Was muss man am Tastenfeld machen, Jonas? Warte, da unten fahren noch... Oder welche sind da? Eins, zwei... Oder beide Autos? Wie, Enter? So, zwei Autos. So, zwei Autos noch. Eins, zwei... Warte, warte, ich muss noch... Jetzt Helikopter, jetzt der Helikopter vor uns. Links von uns. Oh Gott. Lass gedrückt halten, Marius. Den müssen wir nicht. Und noch einer vor uns. Direkt vor uns. Nee, doch. Ja, ja. Ah. Äh. Nice. Jetzt. Wir sind jetzt hier im... Weiß ich nicht. Im Labor. Wir ziehen gerade welche Daten runter. Jop. Ich, der geile Hacker, ne? Ja, das war's gut. Ja. Maus, komm, hier. Da gehören zwei dazu, Auszeichnung. Okay. Wollen wir noch mal schnell was snacken? Vergib dich zum Kühlschacht. Nimm ne E-Cola, Jonas. Das ist immer gut. Wollen wir hier drin was machen? Keine Ahnung. Ey, wir müssen E drücken. Oder? Sind da ein paar Leute irgendwo auf dem Parkplatz. Lauten, ne? Weg. Alle. Ja, lass raus. Jonas! Sorry. Warte. Aber umdrehen? Ja, mach ich grad. Marius. Da ist hier doch noch ein Auto. Diese Premium-Taktik, ne? Da kommt noch ein Auto durch den Eingang. Wie muss man die... Ach, geh. Rück, geh, Jonas. Noch ein Auto kommt aus. Ich brauche in der Straße. Kann man einfach runterspringen? Ja. Nice. Ach, scheiße. Hier stehen noch zwei Typen direkt vor uns unten. Ein bisschen weiter links. Genau da. Ich seh so viel gerade. Hä? Wir müssen tauchen, glaub ich. Da unten steht noch einer unter uns. Drück Ego. Ja. Alter, willst du halt so einen Schut nach unten, ey? Bist du auf, da kommt ein Auto? Ich seh nichts. Ja. Alter, da kriegst du den jetzt wahrscheinlich, ne? Alter, wie viel ist das denn da? Da unten stehen noch Leute auf der Map, aber ich seh die nicht so ganz... Jonas, flieg mal bitte nicht so... Ja, Mann, schau mal wenig, wenn du den gelben Punkt weg machst. Koste? Ja, ich bin jetzt im Schacht. Nice. Alter, ist das geil. Wir haben nicht unendlich Luft. Drück Shift, ich glaub, dann bist du schneller. Unten rechts seht ihr, wie viel Luftdinger ihr noch habt. Ja, und wie viel Atemgerät. Das reicht... Ja, genau, irgendwie viel Atemgerät. Aber das reicht locker. Ihr könnt sogar Unfälle bauen, reicht auch richtig. Also, doch Unfälle quasi. Links, links oder rechts? Rechts. Rechts? Ist da irgendwo einer. Ist das egal. Ich seh, auf der Map ist er immer überall markiert, ne? Direkt unter uns ist einer da. Da hat er ein bisschen weiter rechts von dir das gesehen jetzt. Da steht einer. Wenn die erste Luft vom Atemgerät weg ist, muss ich mir denn Neues aufziehen? Ja, genau, da, da, wo du gerade hingeschossen hast, da stand's gerade einer. Alter, ich dreh wieder. Jetzt direkt vor uns. Also, meine ist gleich weg, Jonas. Und da steht noch einer. Ist direkt vor... Oh, warte, ich flieg nach vorne. Oh Gott. Ja, müssen wir nichts drücken. Ja, hast recht. Jetzt vielleicht unter uns. Oh ja. Ähm, jetzt müssten hier noch ein paar sein. Da vor uns. Genau, da sind noch zwei auf dem Haufen einmal. Da ist noch ein Typ. Willst du hinter mir mal was? Nein. Ja, ja. Gut. Siehst du auch auf der Minimap oder nicht? Ja, ne, nicht wirklich. Ne? Ne, du bist bei mir so zu weit weg. Ach, die sind ja in der Mitte, ne? Okay. Alter, wie lange, wie muss man denn das so machen? Das ist jetzt ein bisschen zu lang, wenn wir hier nichts mehr machen müssen. Ah. Ja, jetzt kommen wir gleich raus. Ja, das stimmt. Das ist recht. Oder? Dann müssen wir noch zum Strand schwimmen. Und dann holen die beiden uns ab. Und zweitest du noch zwei Arten gerät. Ja, bleib einfach ziemlich weit unter Wasser. Ah, ne, wir müssen direkt hier hoch. Ja, direkt hoch. Ja. Leute, hier müssen wir noch irgendwo hin da sein. Wir sind jetzt da. Ja, gut. Ja, ihr müsst diese Leuchtpistole schießen. Ich weiß zwar, wo ich hinfliegen muss, aber... Ich hab keine Leuchtpistole. Doch, müsst ihr haben. Das ist Missionsgegenstand. Wo ist denn die? Pistolen. Ach, hier. Ah, ich hab eine. So, ich flieg da schon mal hin. Ich mich nicht. Wir sollen eine Signalfackel anzünden. Hä? Zündet eine Signalfackel. Ja, das ist ja die Leuchtpistole. Das ist diese Leuchtpistole. Aber solange ihr mich nicht damit abschießt... Ich glaub, das passiert was. Doch, das passiert was. Wirklich? Wenn ihr Leute damit abschießt, brennen die. Deswegen bin ich gerade ein bisschen... Hä, der geht einfach automatisch nach oben, oder was? Komm, Morris. Hey, Morris. Einsteigen. Hey, ja, okay. Alter. Ist das... Kommt jetzt schon noch irgendwas? Ja. Oder? Weiß nicht. Nee, doch nicht. Doch, jetzt kommt noch Helikopter. Da oben. Komm, ich höre. Er stoppt. Down. Morris, das war ein bisschen easy, ne? Hm. Alter, mein Heli hat Aussetzer. Mein Heli hat Aussetzer. Mein Heli hat Aussetzer. Huh. Weil wir schon rauchen. Ach, du Kacke. Aber zu geht einfach mal das Trieb weg aus. Auch geil. Oh. Warte, ich will mir schon mal einen Punkt setzen, wo wir hin müssen. Da, Morris, wenn. Einfach so bleiben, dann haben wir ihn beide. Oh, hinter uns. Was, wenn ich nicht die AP dafür bekomme? Einen hab ich weggemacht, weiß ich. Ich hab den letzten bekommen. Was denn? Alter, wie, gleich geht wieder der, der scheiß rote aus. Der hat aber zu mal so Ausfälle. Weil er so kaputt schon ist. Marius kriegt Platin, weil er gehackt hat. Ich hab nicht gehackt. Du hast gehackt. Ach so, ja, ich hab da... Ich hab da ne Datei auf mein, äh, auf meinen Stick gezogen. Oh Gott. Ja. 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 Nee, nicht bekommen, glaube ich. Nein. Hier unten drin, deswegen nimm mal Gold und Platin. Ja. Bist du nicht mehr? Nee, ich hab nicht. Ich bin ja ein bisschen sneaky vorgegangen als du. Ja, einfach reinrushen. Ja, genau. Das darf, das hab ich nicht gemacht. So, da hinten, hier müssen wir doch noch, hier. Sie wussten doch eh, dass wir da sind, Marius. Sie könnten auch rushen. Ja, ich wollte aber mein Leben ein bisschen safe. Ich hab nämlich nur ein Leben. Ich auch. War nur das GTA Leben. Wenn ich in GTA sterb, sterb ich auch nicht. Sind die Typen da? Ja, ne? Ach, da sind die. Okay, dann kann ich da. Erschießen? Ja, erschießen. Ey, lebt der schwarze Bodyguard wieder? Stimmt. Ist der da? Der hatte so eine Brille, glaube ich, sogar auf, ne? Zeig ihm. Ne, das ist ein anderer, ist ein neuer. Sie hat einen neuen. Oh, jetzt dürfen wir was Nettes machen. Wir reden doch sowieso nicht. Ich will. Oh, Jäcke. Oh. Jäcke, drauf. Schlechter Wurf. Oh, ja. Der Kurze steht ganz links. Rabiafai bestanden. Nein, ich hab Bronze. Jäcke kriegt Dati. Hostnachteil, Hostnachteil. Hä, ich hab seit 675. Nein, hast du nicht. Schade, ne? Oh, langweilig. Unter elf Minuten. Was? Allein das Tauchen hat doch schon einmal lang gedauert. Yay! Niemand wird erledigt. Oh, wir haben 14. Ja, das haben wir... Ja, das müssen wir auch schaffen. Sonst hätten wir uns nicht auf schwer schaffen machen können. Ja, ich weiß. Der kennt, glaube ich, 235.000. Erstes Mal. Oh, das erste Mal. Ja, doch. Fucking geil. 235.000 hab ich bekommen. Ja, ich hab nur 135.000 bekommen, weil ich das schon... Dann können wir ja jetzt schon mal Serie A starten. Aber ich denke, Mars muss gleich weg. Ja, wir können ja nur die ersten heißen zu machen und die ersten Punkt. Ich drufe.